Wir sind natürlich sehr stolz und sehr froh, dass wir es geschafft haben, weiterzukommen. Wir wissen aber, dass wir es eigentlich viel früher hätten entscheiden können. Die Chancen dazu waren mehr als da. Bei uns gibt es Spannung immer inklusive, manchmal mehr als eigentlich erträglich. Und trotzdem bin ich sehr froh, dass wir es noch geschafft haben, die nächste Runde einzuziehen. Ich bin in der Halbzeit schon ein bisschen laut geworden, weil mir das nicht gefallen hat, was wir nach dem 1-0 gespielt haben. Die Krönung war dann der Elfmeter von Timo Werner, der das Spiel entschieden hätte. Es war ein knappes Weiterkommen, aber das Schöne ist, es gibt nur weiter oder nicht. Und wir haben es geschafft und deswegen ein Kompliment an meine Mannschaft.